Leute, wir befinden uns jetzt gerade in einem sehr, sehr wichtigen Bereich. In diesem Video soll es darum gehen, wann wir denn möglicherweise die 50.000 Dollar, die Hälfte von 100.000 Dollar, die jetzt für dieses Jahr anstehen, erreichen werden. Ich werde in diesem Video ganz genau und detailliert auf diese Fragestellung eingehen. Darüber hinaus werde ich euch Informationen darüber geben, wann wir denn den nächsten Trade zu setzen haben. Deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut, denn ich werde ganz genau und detailliert auf all diese Fragen eingehen, die wir jetzt gerade in unserem Kopf haben. Vielen Dank Leute und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin 4 Stunden Chart. Hier können wir in diesem Bereich sehr, sehr spannende Entwicklungen erkennen und nun haben wir es leider noch nicht geschafft, hier über diese gelbe Linie, diese so wichtige Widerstandslinie drüber zu kommen. Außerdem haben wir einige weitere Pattern in unserem Bitcoin 4 Stunden Chart gehabt, zum Beispiel hier dieses vorliegen Wedge gekennzeichnet mit den schwarzen Linien. Bevor wir aus diesem vorliegen Wedge ausgebrochen sind, hatte ich über meinen Telegram Channel und über meinen Twitter Channel berichtet, dass wir hier möglicherweise einen starken Ausbruch nach oben erleben werden. Die Leute, die meine Videos in den letzten Tagen geschaut haben, haben hier bei diesem Ausbruch super Profite mitnehmen können. Und nun wird es aber wieder Zeit, größere Profite mitzunehmen und deshalb möchte ich euch hier einige Tipps dazu geben, wann wir denn den nächsten Track zu setzen haben. Aber bevor ich mit dieser Thematik fortfahre, möchte ich euch hier ebenfalls noch einmal über dieses im Blau gekennzeichnete Pattern zu sprechen kommen, denn das ist ein Pattern, welches wir hier in unserem 4 Stunden Chart haben, aber dieses Preisziel aus diesem Pattern jetzt noch nicht erreicht haben. Denn dieses Preisziel hier aus diesem Symmetrical Triangle liegt bei in etwa 51.200 Dollar. Ich hatte vorher ebenfalls berichtet, 51.200 Dollar ist ebenfalls ganz genau unser FIP-Level 0.618, unser wichtigstes FIP-Level, welches wir hinter uns lassen müssen. Wenn wir hier einmal ran zoomen, können wir sehen, dass wir uns super auf dem Weg in Richtung 0.618 FIP-Level bewegen. Jetzt sind wir ungefähr 50% von unserem FIP-Level 0.5 und 50% von unserem FIP-Level 0.618 entfernt. Natürlich gibt es immer wieder in unserem Bitcoin Chart Pattern, die entweder nach oben oder nach unten aussprechen. Allerdings sind all diese Pattern nicht signifikant genug, zumindest nicht so signifikant wie unsere FIP-Levels. Bei jedem Breakout, egal ob nach oben oder nach unten, sollten wir ebenfalls immer unsere FIP-Levels im Auge behalten. Da unser nächstes FIP-Level bei 51.200 Dollar liegt und ebenfalls unser Preisziel hier aus diesem symmetrischen Dreieck ebenfalls bei 51.200 Dollar liegt, denke ich, dass die 51.200 Dollar ein sehr, sehr wichtiger Knackpunkt für den weiteren Preisverlauf vom Bitcoin sein werden. Einen anderen sehr, sehr wichtigen Widerstand haben wir hier mit dieser unteren in gelb gekennzeichneten Linie. Diese gelbe Linie war ja vorher unser Support von unserem Rising Vedge, ein eher bärisches Pattern und ebenfalls so wie erwartet, sind wir aus diesem Pattern hier an dieser Stelle nach unten hin ausgebrochen. Und nachdem wir aus diesem Pattern nach unten ausgebrochen sind, sind wir hier in dieses Falling Vedge reingegangen und so wie es bei einem Falling Vedge, bei einem bullischen Falling Vedge zu erwarten war, sind wir aus diesem Falling Vedge nach oben ausgebrochen. Interessant an dieser Stelle war es, dass wir exakt bis zu unserer vorhergehenden Support Linie von unserem Rising Vedge, was ja nun ein Widerstand ist, gekommen sind und dort an dieser Stelle rejected wurden. Ebenfalls sehr, sehr wichtig für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin wird es werden, dass wir hier erneut über diese gelbe Linie ausbrechen können. Aktuell müssten wir dafür bei einem Preis von in etwa 50.500 Dollar ankommen, damit wir dann mit einem Ausbruch nach oben über diese Linie erneut rechnen können. Und noch ganz kurz ein kleines Update zu meinem aktuellen Trade, über den ich ja ebenfalls berichtet hatte, den ich ja ebenfalls in meinen Videos vorher angekündigt hatte, genau zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Trade gestartet habe. Ich befinde mich jetzt aktuell mit 400% circa im Profit. Ausgedrückt in Dollar sind das Ganze 111.000 Dollar. Natürlich habe ich auf dem Weg dahin schon einige Profite mitgenommen, deshalb müsste hier eigentlich eine höhere Zahl stehen. Aber da ich ja wie gesagt auf dem Weg dahin Profite mitgenommen habe, sind wir hier aktuell mit 111.000 Dollar im Profit. Wenn wir uns das Ganze einmal auf Tagesbasis anschauen, sieht das Ganze wirklich sehr, sehr bullisch aus. Wir befinden uns aktuell auf Tagesbasis in einem Ascending Channel und bilden hier ein Higher High nach dem anderen. So soll es sein, so kann es weitergehen. Den ultimativen Ausbruch bzw. den ultimativen Preisanstieg erwarte ich dann, wenn wir hier über diese Widerstandslinie an dieser Stelle drüber kommen. Jetzt aktuell bräuchten wir einen Preis von in etwa 52.500 Dollar. Natürlich kann das Ganze noch ein bisschen dauern, aber ich denke, das ist ein sehr, sehr starker Widerstand. Hier sollten wir übrigens auch erneut von einer Rejection ausgehen, so dass wir hier oben ankommen bei dieser Widerstandslinie, dort eine Rejection erfahren und erneut mit dem Preis nach unten gehen, in etwa bis zu einem Preis von 47.500 Dollar. Aber vorher haben wir, wie gesagt, noch einige andere Preisziele, die wir erreichen müssen, damit wir dann von einem Ausbruch hier aus diesem Ascending Channel ausgehen können. Und natürlich sind die Leute aktuell eher mit Bitcoin beschäftigt, als mit anderen Altcoins, wie zum Beispiel ETH. Auch hier in unserem ETH 4 Stunden Chart hatten wir ein Ascending Channel und sind aus diesem Ascending Channel nach unten hin ausgebrochen und nun sah es noch gestern so aus, als wenn wir es erneut schaffen würden, hier in dieses Ascending Channel reinzugehen. Allerdings hat das Ganze leider nicht geklappt und wir befinden uns weiterhin unterhalb von dieser unteren Linie dieses Ascending Channels. Aber nun zu der Fragestellung, wann wir denn den nächsten Long Trade öffnen können. Und zwar, meiner Meinung nach gibt es aktuell zwei sehr wichtige Linien in unserem Bitcoin Chart, an denen wir einen neuen Long Trade öffnen können. Die erste Linie wäre hier diese gelbe Linie. Wenn wir es schaffen sollten, über diese gelbe Linie drüber zu kommen und im Folge dessen mit einer zweiten oder dritten 4 Stunden Kerze diesen Ausbruch konfirmen können, könnten wir dann theoretisch einen neuen Long Trade öffnen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir mit dem Bitcoin Preis erneut hier unten hinfallen, auf die obere Linie von unserem Symmetrical Triangle. Und wenn wir es dort halten können und mit einer zweiten oder dritten 4 Stunden Kerze dort einen Bounce erleben, könnten wir ebenfalls einen neuen Long Trade dort in diesem Bereich setzen. Aktuell liegt dieser Bereich bei in etwa 47.000 Dollar. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer, aber wirklich immer und täglich up to date bleibt und jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, von YouTube benachrichtigt werdet. Außerdem werde ich euch natürlich weiterhin up to date halten über meine verschiedenen Social Media Channels. Die Links dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Vielen Dank Leute und bis zu meinem nächsten Video. Bye Bye.